Der frisch mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnete Karl Havertz ist optimistisch, dass die Bayer-Elf gegen den FC Bayern bestehen kann. Trotz des Fehlstarts in der Bundesliga geht junger Nationalspieler Karl Havertz davon aus, dass Bayer Leverkusen am Samstag 15.30 Uhr im Live-DK beim deutschen Rekordmeister Bayern München punktet. Karl Havertz glaubt an Chance gegen den FC Bayern, sind dazu in der Lage unser Ziel ist etwas mitzunehmen. Zwei Niederlagen sind zwar ein schlechter Start für uns. Punkt. Aber wir werden alles tun, da was mitzunehmen und ich glaube, wir sind dazu. Auch in der Lage, sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag dem Sitt-Harvats-Träger der Fritz-Walter-Medaille in Gold, hatte am vergangenen Sonntag beim 2-1-Länderspiel-Sieg gegen Peru in Sinsheim sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Fußballbundes DFB gefeiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017